Deutschland kann sehr viel von Asien lernen, von asiatischen Großstädten, das sind die Städte der Zukunft. Sinn ist ein bisschen auch zu gucken, was ist up-to-date. Ich freue mich am meisten in den Asien-Pazifik-Wochen, dass es hier natürlich sehr viel Essen gibt. Damit auch kenne ich die kulinarischen Spezialitäten von anderen Ländern. Es ist eine super Chance, einfach hier ein bisschen zu connecten, mit bekannten Gesichtern zu sprechen oder auch mit neuen Gesichtern zu sprechen. Für heute würde ich gerne so von anderer Kultur was zu lernen, also nicht viele, aber kann ich schon ein bisschen schlupfen.